Musik 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 Ich film jetzt gerade und ich bin schon auf dem Pferd Musik Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video Heute gehe ich ausreiten mit Vicky in den Wald hier bei uns und wir holen auch noch Vicky ab mit dem Anhänger und dann fahren wir erstmal hier zum Wald und ich komme auch gerade von der Schule, deswegen essen wir auch erst und dann ziehe ich mich um und dann holen wir erstmal den Anhänger ab und dann holen wir Vicky ab. Wir sehen uns gleich wieder wenn ich fertig gegessen habe und wir los waren So Leute ich habe jetzt fertig gegessen und so wir sind jetzt gerade in der Garage so sieht man unseren schönen Color oder Garage und wir holen jetzt den Anhänger ab und dann fahren wir zum Stall und ich würde sagen, wir sehen uns am Stall wieder So Leute, wir sind jetzt angekommen ich habe jetzt schon mein Pets raus geholt und ich lad erstmal die Sachen, die ich brauche in den Anhänger ein und und dann hole ich Vicky raus und mache sie ein bisschen schön putze sie und dann fahren wir los So, jetzt ist sie schon eingeladen hat sie super super gemacht und jetzt fahren wir gleich auch los ne Vicky Leute Ich habe jetzt eben die ganze Zeit vergessen so querformat zu füllen deswegen machen wir jetzt einfach trotzdem weiter so Ja Danke und wir sind jetzt angekommen im Schild im Weberhaus und jetzt hole ich ruhig mal Vicky raus Da ist meine tolle Vicky So Leute Ich filme jetzt gerade und ich bin schon auf dem Pferd hier und die Sonne scheint wunderschön Micky ist wunderschön wunderschön brav Neues weiter Ja und es ist eigentlich voll warm ich brauche eigentlich gar keine so hab auch keine mitgenommen Ja, dann sehen wir uns irgendwann gleich wieder Also wir sind jetzt gerade einen richtigen steilen Berg hoch gegangen und jetzt müssen wir anscheinend nochmal machen und so sieht es hier auf jeden Fall aus und gerade ist der Boden nicht so geil Ich hoffe der wird noch ein bisschen besser und ein bisschen matschig aber Vicky macht das super Ja So Leute, das war's jetzt mit diesem Video und ich hoffe ihr schaut euch beim nächsten Video ein und deswegen sag ich jetzt tschau Tschau So Leute, das war's jetzt mit diesem Video und ich hoffe euch schon überlegt wie ihr wieder einbaut Deswegen sag ich jetzt tschau Bis zum nächsten Mal